Enstein gemeißelt. Wir empfehlen aber Mais und Ananas zuerst auf den Grill zu geben, bevor sich Zwiebeln, Jalapeflos und Tortilla-Chips dazu gesellen. 4W4i für den Dip. Petersilie waschen, trocken schütteln, Plättchen abzupfen und hacken. Knoblauch schälen und fein hacken. Saure Sahne, Essig, Knoblauch und Hälfte Petersilie verrühren. Mit Salz, Pfeffer und L-Prise Zuckerarzt Chemecke NZ-Jalapenos abtropfen lassen und Käse reiben. Ananas schälen, längs vierteln. Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden. 3Moi. Kotpen auf dem heißen Grill unterwenden, ca. 5 Minuten grillen. Ananas unterwenden, 2-3 Minuten grillen, Strunk entfernen, dann in kleine Stücke schneiden. Maiskörner von den Kolben schneiden. 4 Kflipperzwiebeln abgetropfte Jalapenos, Ananas und Mais, in eine grillgeeignete Form geben. Mit Käse bestreuen. Auf dem heißen Grill bei geschlossenem Deckel so lange grillen, bis der Käse schmilzt. Mit Rest Petersilie bestreuen. Dip dazu reichen, junges Gemüse. 4 TTS TNNN Ernte friess Zahe. Er Mais lieber isst, nur zu. Er ist zart und süß. Braucht aber er etwa Svorebrill. 2 NGS Zeit. Kolben aus den Hüllblättern lösen. Seiden VEN entfernen. Stiele abschäden. In kochendem Salzwürrasser mit etwas Butter. Notzucker ca. 12 Minuten kochen. Dann ab auf den Grill.